Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Loredana zusammen mit Juju. MJ, sag mal, kennst du den Song? Nein, kenne ich nicht. Aber ich habe auch gegoogelt, als ich nochmal den Trailer sehen wollte von kein Wort dem Film. Und da habe ich gesehen, dass es auch den Wikipedia-Eintrag gab. Aber nein, ich bin da nicht reingegangen. Ich habe gedacht, das überfliege ich nur. Und wie ist der Song? Ich habe auf jeden Fall einen krassen Ohrwurm. Ich bin übrigens Johannes. Der Film, über den wir heute sprechen, der könnte aber nicht anders sein als der Song, weil kein Wort. Der Song ist auf jeden Fall ein zugänglicher Rap-Song, der auch gut ins Ohr geht, war super erfolgreich. Ob der Film kein Wort erfolgreich ist oder erfolgreich sein wird, das werden wir erfahren. Der startet am 4. Juli in den Kinos. MJ, magst du uns und den Zuhörern einmal sagen, worum geht es denn überhaupt? Ja, gerne. Also der Film kein Wort begleitet die schwierige und auch distanzierte Beziehung zwischen Nina, einer zielstrebigen Dirigentin und ihrem Sohn Lars, den der Unfalltod seiner Mitschülerin aus der Bahn wirft. Das ist so der Plot. Vielleicht ganz am Anfang. Wir haben ja beide den Trailer gesehen und hatten dann auf jeden Fall Lust auf den Film. Was hast du denn nach dem Trailer erwartet? Ja, was für einen Film du hier vorgesetzt bekommst? Also ich habe auf jeden Fall eine destruktive Beziehung zwischen Mutter und Sohn erwartet, denn das zeigt der Film ja schon auf, dass da auf jeden Fall Konflikt, dass der Konflikt beladen ist oder die Beziehung Konflikt beladen ist. Ich hatte mir tatsächlich etwas sehr emotional zerbrechlich und ja, was Heilendes auch schon vorgestellt. Also dass das am Ende wieder sehr eng verwoben wird. Aber wir besprechen ja gleich, wie der Film sich jetzt für mich so angefühlt hat. Und ich war jetzt, ja, ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht über die Inszenierung dieser Beziehung und wie sich das dann am Ende so gefügt. Es hat sich zwar gefügt, aber irgendwie, ja, habe ich da eine andere Vorstellung aus dem Trailer gezogen. Wie war es für dich? Ja, ich bin auch noch unsicher, wie dieser Film insgesamt auf mich wirkt. Trailer, also einerseits finde ich, zeigt der Trailer ganz gut, was der Film macht, weil in dem Film und auch im Trailer relativ wenig gesprochen wird. Er gibt vielleicht auch bei dem Titel Sinn. Ich hatte beim Trailer ein bisschen was, ich sage mal, Realistisches erwartet. Der Film ist zwar irgendwie oder will realistisch sein, ist dann aber doch sehr, weiß ich nicht, durchkonstruiert, dadurch, dass halt so wenig geredet wird und auch die Optik. Also ich habe schon das Gefühl, ja, also diese Optik gibt es, aber so wie der Film, die darstellt, also der Film ist sehr kühl in seinen Bildern, was auch einfach eine vielleicht sehr offensichtliche Darstellung der Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der so, ja weiß ich nicht, vielleicht radikal ist, wie er dann tatsächlich ist. Genau, ja. Also ich fand ihn auch sehr kühl und ich fand ihn auch sehr inszeniert. Ich fand die Dialoge sehr gestelzt und auch stellenweise gekünstelt. Ich fand das Verhalten manchmal nicht nachvollziehbar, also vor allem von der Mutter. Also ich habe echt mal Probleme mit der Mutterrolle gehabt, wie sie dargestellt wurde. Und ich rede nicht davon, dass es nicht eine distanzierte Mutterrolle ist. Also ich finde, das darf auch ruhig realistisch sein und dass man darf auch andere Mütterrollen zeigen, die auch eben nicht immer diese liebevolle Lunchpaket packende Übermutti zeigen, die immer komplett alles wuselig regelt und für jeden oder für jedes ihrer Kinder da ist. Aber das war mir manchmal eine Spur zu ignorant, arrogant und auch zu unbeholfen, als wäre sie so in diese Mutterrolle reingeworfen worden und zwar erst drei Tage vorher. Also das hat sich für mich absolut nicht authentisch gefühlt. Und ich glaube, das ist auch mein Problem mit dem Film, dass mir der Authentizität gefehlt hat. Weil, wie du sagst, ja, da gab es dann so epochale, dramatische Inselfelskulissen im Sturm und dann wurden halt manchmal so orchestrale Musikeinlagen reingeworfen, die aber auch nur so partiell hochschwellten und dann wieder verebten. Und also es war mir alles, ich wusste nicht so ganz, was mir da erzählt werden soll, außer dass es auch auf mich sehr konstruiert gewirkt hat. Und das hat der Trailer für mich halt nicht verkauft. Also ich habe mir etwas Wärmeres und etwas Emotionaleres tatsächlich vorgestellt. Ja, der Film ist auch sehr deutlich in der Darstellung der Mutter. Also am Anfang sieht man sie ganz häufig am Handy. Sie beschäftigt sich relativ wenig mit ihrem Sohn. Es gibt dann auch eine Szene, wo eine Lehrkraft, eine Lehrerin von ihrem Sohn mit ihr reden möchte. Und sie hat natürlich gar keine Zeit. Also man merkt auf jeden Fall, der Job ist ihr super wichtig. Sie ist irgendwie krass unter Druck. Und irgendwie, sie merkt dann, oder ich weiß gar nicht, wann sie das merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber sie kann das halt überhaupt nicht an sich ranlassen. Und da ist der Film schon sehr, ja auch überdeutlich, auch wie du sagst, mit den Metaphern. Also der spielt das sehr lange aus. Und man muss schon sehr lange auf diesen Moment warten, wo man denkt, Mensch, rede mit deinem Sohn. Und natürlich auch, der Sohn sollte auch mit ihr reden. Aber es ist natürlich erstmal wirklich die Verantwortung der Elternteil, da irgendwie so auf das Kind zuzugehen, wenn das Kind offensichtlich so ein traumatisches Erlebnis erlebt hat. Und man denkt wirklich so, also man möchte sie schütteln und sagen, los, los, jetzt tu doch mal was. Aber ich finde, auch dank der Schauspielerin-Leistung von Maren Eggert, ich fand das schon nachvollziehbar schwierig, weil ich glaube, also ich habe keine Kinder. Aber wenn ich Kinder haben sollte, hoffe ich nicht, dass ich so bin. Aber ich habe irgendwie schon verstanden, warum diese alleinerziehende Frau, die ja auch in so einer, also reich, weiß ich nicht, ob die dargestellt werden, aber ja schon so gut betucht, auch alle so, ja in so einem gewissen Milieu, glaube ich, einfach lebt, genau richtig. Ja, aber also ja, da habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Probleme mit. Okay, nur weil man jetzt in vermeintlich besseren Kreisen verkehrt, ist man als weibliche Dirigentin deswegen komplett hart. Also ja, war mir ein bisschen zu, das war mir alles ein bisschen zu plakativ, ja, die wie gesagt, also nochmal darauf zurückzukommen, wann sie anfängt in die Verantwortung gezogen zu werden, da mal hinzuschauen, was da mit dem Lars los ist, ist, nachdem Lars eigentlich Züge selbstverletzenden Verhaltens zeigt, indem er aus dem Fenster springt in der Schule und daraufhin im Krankenhaus landet, also das kann man ja so sagen und sie daraufhin schon eine Ahnung hat, dass etwas nicht stimmt, aber ihm die ganze Zeit diese Reassurance gibt, nee, nee, das ist ein Versehen gewesen, nee, nee, das ist alles ein Unfall gewesen, was damit nicht zu tun oder, also sie macht sich selber und ihrem Sohn was vor, um nicht in den Kontakt gehen zu müssen und das fand ich, ja, also dafür wurde sie mir irgendwie zu wenig erklärt, warum die so absolut stocksteif ist und dann hat er ab und zu mal Kontakt zu seinem Vater, der definitiv wärmer rüberkommt und mit dem er offensichtlich auch ein besseres Verhältnis hat, aber der wahrscheinlich so ein Weltenbummler ist, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe und der Lars, und das tat mir auch so leid, war ja die ganze Zeit recht offen, also er hat ja eigentlich immer darauf, das heißt gewartet, aber er hat sich schon offen gezeigt, also er war halt immer in so einer Wartestellung, dass man mal mit ihm in den Kontakt geht und sie hat es einfach nicht gerafft, also so richtig, naja und dann, wie gesagt, da tritt sie ja dann so zumindest mal in diese Verantwortung, dass sie versteht, auch nachdem die Lehrerin mit ihr spricht, okay, also der braucht jetzt mal einen Tapetenwechsel, der muss da mal raus und der braucht mal eine Pause und er sagt, er möchte gerne auf diese Insel, wo sie als Kinder oder als Kind, wo er seine Kindheit wohl auch stellenweise verbracht hat und daraufhin reisen sie eben auf diese völlig abgelegene Insel, wo keine Sau ist und das bildet dann diese Kulisse dieser, wie du schon sagst, schöne Metapher für diese zerrüttete Beziehung, die sich da, ja, die sich da halt auftut, denn natürlich nur weil sie auf dieser Insel sind, bedeutet das eben nicht, dass automatisch da jetzt irgendwie der Groschen fällt, das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall, ich fand, also diese Metapher fängt ja auch schon irgendwie in dieser Wohnung an, weil ich habe mir gedacht, also in dieser Wohnung von denen würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen, weil die auch so schwarz, weiß, kalt, also halt auch auf wirklich dieses Elitär schon, also ne, das muss halt gut aussehen, aber ob man sich dann wohnen, also zumindest ich finde mich, glaube ich, in dieser Wohnung nicht wohnlich fühlen, aber da ist der Film schon sehr, sehr deutlich. Also ich mochte das an vielen Stellen, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, das ist too much, auch auf dieser Insel, die ja, also die besuchen die halt im Winter, also ich muss sagen, die Kamerafrau hat hier großartige Arbeit geleistet, also was hier zum Teil für Bilder eingefangen werden, fand ich traumhaft schön und ich habe gedacht, ja, irgendwie ist es karg, aber eigentlich möchte ich auch auf diese Insel und da mal einen Spaziergang machen. Du möchtest auch einmal an diesem orangefarbenen Telefon auf diesem Steinfelsen stehen, oder? Das ist für dich so ein skurriles Bild, mit diesem einzigen Telefon irgendwo unten am Strand, was die einzige Kommunikationsstelle war zwischen diesem Landhaus, wo die da waren, oder dieser Hütte, dieser Cottage und eben der Verbindung zur Außenwelt, wenn du es so nimmst. Ja, die waren halt in ihrer Welt sozusagen, ja. Ja, voll und sie, die ja nie dieses Telefon ergreift, also auch da, sie kann irgendwie nicht kommunizieren und dann hat man ja auch einen krassen Gegensatz, auf der Insel trifft sie auf eine Ladenbesitzerin und ihre Tochter, die ganz offensichtlich eine viel wärmere Beziehung haben, die offensichtlich reden können. Also das wird da sich sehr klar gemacht, okay, wir haben einerseits vielleicht so, so sollte es sein und dann guckt euch mal die beiden an, vor allem halt die Mutter, weil ich bin bei dir. Also am Ende, der Sohn randaliert ja am Ende so ein bisschen, aber man versteht auch warum, weil es gibt immer diese Momente, also man denkt sich so, wenn sich die Mutter jetzt zwei Sekunden, wenn sie nicht aufs Handy geguckt hätte, hätte die Kommunikation starten können, sie hätte jetzt anfangen können. Und das war sehr konstruiert, dass dann jedes Mal das Handy ging und dass sie jedes Mal nicht geschnallt hat, das Handy ist jetzt scheißegal. Und das hat mich mega gestört, weil das fand ich echt konstruiert. Also da war, da war sie nicht, also ich fand, da war sie in ihrer Rolle nicht authentisch, denn die Hütte brannte schon, die Hütte brannte schon. Also, aber auch da, also es gab nicht diesen krassen Höhepunkt, dramatischen Höhepunkt, wo ich gesagt hätte, okay, ja, das nehme ich dem jetzt ab. Also es gab dann ja diese Metapher des Sturmes und dass die sich dann im Sturm irgendwie verlieren oder auseinander gehen, aber es ist so, ach ja. Ja, der Film ist irgendwie so ein Mix aus einerseits Understatement, weil halt sehr wenig geredet wird und das auch irgendwie nicht die große Eskalation und auch irgendwie nicht den großen schönen Moment gibt. Andererseits ist der halt sehr, sehr deutlich. Also es wird relativ schnell klar, worum es geht. Und das spielt der dann halt konsequent, eventuell je nach Perspektive überkonstruiert durch, um dann am Ende schon, also ich, ich mochte den Film, ich hatte dafür auch visuell sehr viel Freude, auch vor allem finde ich an den beiden HauptdarstellerInnen auch er, ich habe geguckt, das ist seine erste große Kino-Hauptrolle gewesen von Jona Levenikolai, fand ich mega gut dafür auf jeden Fall. Ich glaube, der ist 20 und das hat er auf jeden Fall super gemacht, oder? Ja, wie gesagt, fand ich, ich fand die beide nicht. Also wie gesagt, das liegt bestimmt einfach auch an den Dialogen, die sie geführt haben oder führen mussten und auch die Inszenierung an sich. Ich, also ich fand die, ich fand das alles ein bisschen blutleer und deswegen auch das Schauspiel ein bisschen blutleer. Aber ich, aber das ist, ne, das ist jetzt so mein Empfinden, weil ich, wie gesagt, auch wahrscheinlich einfach enttäuscht bin, dass es nicht emotionaler gewesen ist und dass man vielleicht auch nicht, also auch nicht andere Bilder genommen hat, die ein bisschen kreativer vielleicht auch waren. Also ich, es war alles sehr klar in der Metapher, so. Aber ja, ich, aber du fandest das gut, ne? Also du fandest, die waren richtig gut besetzt und das hat dich absolut überzeugt und abgeholt. Ja, ich hatte damit sehr viel Freude, auch wenn ich total verstehen kann, wenn man dieses sehr, ja, ich finde es auch schwierig zu beschreiben, was das für eine Art von Schauspiel ist, weil die ja, also die reagieren. Das ist so theaterhaft, finde ich. Also es hatte so eine Theaterbühnendarstellung. Aber halt nur, dass die Kamera dicht dran war, ne? Ja. Voll. Die spielen irgendwie schon groß, aber halt sehr unterkühlt auch, auch vor allem sie, ne? Also ich finde, Maren Eggert schafft das schon irgendwie im Gesicht, dass da viel passiert. Vielleicht interpretiere ich das auch nur einfach rein. Aber, also ich weiß nicht, ob dir oder ZuschauerInnen die Filme von Angela Schanilek was sagen. Das ist eine deutsche Regisseurin, die auch sehr, sehr langsam erzielt und vor allem, also ich habe ein paar Filme von ihr gesehen, sehr relativ emotionslos spielt. Da spielt Maren Eggert auch in zwei Filmen mit. Und da muss ich so ein bisschen dran denken. Also bei Angela Schanilek ist das noch krasser als hier, also die sind noch, noch reduzierter. Ah, okay. Aber ich kann schon auch verstehen, wenn man sagt, uh, das ist irgendwie zu, zu kalt, zu, ja. Ah, okay, aber worum geht es in diesem Film, also von der, von der Regisseurin? Ja, das ist schwierig zu beschreiben, weil die sehr, also die haben kaum so eine stringente Handlung. Das ist eher so, ja, also in einer, in einem von dem Filmen spielt Maren Eggert auch eine Mutter, die Probleme hat mit ihren Kindern, fällt mir gerade auf. Also auch da quasi nochmal so eine Parallele und es ist eigentlich so ein bisschen Alltagsbeschreibung, aber sehr kalt, sehr lange Einstellung, sehr wenig Schnitte und noch, noch reduziertere Schauspiel eigentlich. Also da wirkt es fast manchmal so, als würden die Dialoge so sehr emotionslos vorgetragen werden. Hier muss ich ein bisschen dran denken, auch viel, wenn hier ein bisschen mehr, mehr drin ist. Ja, vor allem in dieser einen Schlüsselszene, da war dann für mich, wo ich gedacht habe, okay, da geht ja doch was. Also, aber da war es dann eben, was ich schwierig fand, dass der Lars sozusagen seine Mutter parentet. Das, da habe ich gedacht, Mensch, der arme Junge, er ist erstmal traumatisiert, dann hat er niemanden, mit dem er darüber reden kann und da muss er auch noch seiner Mutter beiseite stehen. Der hat auf jeden Fall zu tun später. Ja, der Film verlangt da sehr viel von ihm ab. Ja, ja, ja. Ich habe noch eine Frage, weil das fand ich ganz spannend im Trailer und ich glaube, ich hatte das dann nochmal auf Letterboxd geschrieben, da haben den Film einige Leute als Thriller bezeichnet und irgendwie die Frage gestellt, ob hinter ihm mehr lauert, als eigentlich vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Weil es ist ja offensichtlich eine Mitschülerin gestorben, wir wissen nicht, wie das passiert ist. Hast du den irgendwie so wahrgenommen? Aber wir wissen den Umstand. Ja, ja. Genau, aber also ich habe das überhaupt nicht so irgendwie wahrgenommen, als würde die Mutter, also die Mutter macht sich Sorgen um ihren Sohn. Es wird auch mal kurz darauf angespielt, hat er damit was zu tun? Und sie stellt diese Vermutung an und das führt dann zu dem richtigen Bruch erstmal. Genau, aber hast du den Film irgendwie so gelesen, dass es darum geht, weil ich überhaupt nicht? Ich auch nicht. Nee, nee. Also wir waren ja eigentlich nur genauso mit im Boot wie Nina, die Mutter. Ja, weil wir immer nur aus Ninas Sicht, das war ja ihr Film sozusagen, aus ihrer Sicht immer nur diese kleinen Schnipsel hatten, wie die Box mit den Socken, die er da aufbewahrt hatte. Da hat sich auch erst im Nachhinein herausgestellt, worum es da eigentlich ging oder was ihm das wert war. Und genau, und bis zu dem Punkt, als sie das dann angesprochen hat oder es aus ihr rausgeploppt kam, denn empathisch ist sie ja auch nicht oder feinfühlig, war ja, da habe ich auch tatsächlich immer so ein bisschen rumspekuliert, hat er vielleicht tatsächlich was damit zu tun, aber es war halt ein Unfall. Also, aber dann hat sich das ja eigentlich auch relativ schnell geklärt durch die Reaktion, die er da gezeigt hat. Auf jeden Fall. Es gibt gegen Ende einen Dialog zwischen den beiden, wo er auch den Titel nochmal ausspricht. Eigentlich ist es so ein Dialog, wo man denkt, okay, eigentlich fasst ihr fast den ganzen Film so ein bisschen zusammen, weil sie halt sagt, manchmal ist es wichtig oder richtig, Dinge nicht auszusprechen. Und er so, wann? Und du fragst dich auch so, was, was redest du? Wieso? Wann soll das jemals richtig gewesen sein? Ja, und das meine ich, ne? Apparented see. Ja, voll. Normalerweise stört mich das, wenn irgendwie so ein Dialog nochmal den ganzen Film zusammenfasst, aber irgendwie hat mich das hier, also für mich hat das funktioniert. Ja, klar. Hat dich das? Ja, klar. Weil endlich mal gesprochen wurde. Weißt du? Der ganze Film an sich war ja immer nur so ein Guessing und so ein Tiptone und so ein Antasten und dann wieder zurückweichen. Und da haben sie ja dann endlich mal gesprochen. Endlich mal gesprochen. Und auch nicht zu viel. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Auch am Ende da die Szene mit dem Boot, was ja eine Metapher wieder war. Das war, ja, das hat das dann gut aufgefangen so. Und das fand ich auch gut. Ich fand die Laufzeit sehr angenehm. Also du hast es erzählt, für dich hat es sich länger angefühlt. Ja. Ich fand gut, der geht ja knapp 87 Minuten. Und ich muss sagen, ich fand das Ende super gut gewählt. Also ich kann verstehen, wenn man sich vorher da nicht reinfühlt, dann ist es glaube ich eher so eine, puh, endlich ist es irgendwie besser. Aber ich glaube, also ich habe mich da reingefühlt und ich fand dieses Ende tatsächlich schön. Ja, das war schön, aber auch das war vorhersehbar. Also ich fand viele Sachen waren, das meine ich halt mit sehr offensichtlichen Metaphern, fand ich alle so ein bisschen vorhersehbar. Ehrlich gesagt habe ich jetzt, wenn ich das überlege, den Nutzen dieser Frau mit ihrer Tochter überhaupt nicht geblickt. Also ich glaube, dass die einfach nur so ein Füller war, damit er halt irgendwann sich mal von seiner Mutter entfernen kann. Dafür war die da. Weil wirklich zu irgendwas beigetragen, außer zu sagen, nee, die Fähre fährt nicht, weil der Sturm jetzt hier tobt, ist da auch nicht passiert. Weißt du, was ich meine? Also ich fand, die Charaktere waren alle nicht richtig, richtig schön geschaped. Also ja. Jetzt wird halt ganz viel im Dunkeln auch gelassen, auch der Vater. Also ich bin, ich verstehe auch, dass es super offensichtlich ist. Es gibt auch im Krankenhaus, wenn dann der Vater da ist, wie distanziert die miteinander umgehen und auch gar nicht miteinander reden. Ich fand das auch alles schon irgendwie sehr klar. Gleichzeitig fand ich es irgendwie bemerkenswert, wie dann auch die Leute im Raum positioniert werden. Auch wenn es so offensichtlich ist, hat das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, bei mir hat das sehr gut funktioniert. Dass dann halt Mutter und Vater nicht mehr, also die stehen weiter weg, dann läuft er quasi auf sie zu, aber nur um aus dem Raum zu gehen. Und es gibt so viele Szenen, die genau sowas machen und man denkt eigentlich, also entweder, glaube ich, sagt man, das ist super offensichtlich oder es ist irgendwie schön umgesetzt, dass alles oder vieles, was nicht gesprochen wird, in der Bildsprache dargestellt wird. Ja, ja, das kann ich verstehen. Also kann ich verstehen, dass sich das auch abholtern, ja. Ja, was ich tatsächlich spannend fand, vielleicht allerletzter Punkt, ne, es ist ein super kühler Film, aber tatsächlich ist jetzt auch vielleicht etwas klischeehaft, dass man denkt, wenn ein Film von einer Frau gedreht und auch das Drehbuch geschrieben wurde und nicht nur das, sondern auch die Kamerafrau, die Cutterin und die Komponistin, das waren alles Frauen. Also die großen, sag ich mal, kreativen, ja, Gewerke wurden alle weiblich besetzt. Jetzt kann ich dich mal, also ich frage jetzt mal als Mann, hast du das gemerkt? Kann man das so fragen? Ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist von einem Mann. Tut mir leid, aber ich habe gedacht, okay, wenn man das so inszeniert, das kann nur ein Mann gewesen sein. Quatsch. Ne, tatsächlich wusste ich nicht, dass das eine komplette weibliche Riege ist, die das da dominiert hat. Aber wie gesagt, bei mir ist der Film auch komplett anders eingesickert als jetzt zum Beispiel bei dir. Ja, du fandest den ja, also kannst du das Fazit mal kurz verlauten lassen, wie du den fandest. Auf jeden Fall, genau. Dann lass uns zum Ende kommen. Genau, ich fand, das war ein, es ist halt ein sehr langsames, ruhiges Drama. Ich mochte vor allem die Bilder, ich mochte auch den Musikeinsatz, auch wenn da, ich bin da bei dir, das ist schon sehr, sehr klar, wann und warum die Musik dramatisch oder vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller anklingt. Aber ich fand das wirklich, also wie hier mit den Bildern gearbeitet wird über diese sehr, ich weiß nicht, sagen wir es mal euphemistisch verschlossenen Figuren, das hat mich schon sehr auf jeden Fall beeindruckt. Also ich habe auch dieses Jahr, ich habe lange deutsches Kino so ein bisschen ignoriert, weil wenn man das Mainstream, deutsche Mainstream Kino anguckt, nicht zu Unrecht wird das ja häufig gescholten. Aber abseits davon gibt es ja doch einige spannende Filme und da musste ich so ein bisschen dran denken, weil es da doch einiges gibt, was halt so ein bisschen ja schon irgendwie unterkühlt ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist zu langatmig, aber mich hat der tatsächlich ziemlich beeindruckt. Ich muss sagen, ich hätte tatsächlich auch Lust, den nochmal zu gucken. Dir geht das wahrscheinlich anders. Ja, denn mein Fazit ist, ich fand den sehr langatmig und ich hatte auch das Gefühl, man wollte hier mal so das Rollmodell umstellen, harte, verschlossene und beruflich auf Karriere fokussierte Mutti, die sich eher wie Väter verhalten, mit denen viele von uns wahrscheinlich in den 80ern groß geworden sind. Und auf mich wirkten die Figuren eher statisch und in sich selbst distanziert, sodass ich Schwierigkeiten hatte, mit irgendwem zu sympathisieren oder eine Art Authentizität daran zu fühlen. Und ja, das wirkte alles recht gestelzt und oberflächlich auf mich und ich finde, da hätte man viel mehr Tiefe rausholen können. Und ja, stattdessen schipperte das so dahin, wie das Boot am Ende auf den Wellen. Aber immerhin sinkt es nicht. Traumhaft, Metapher, traumhaft. Okay, dann würde ich sagen, jetzt habt ihr einerseits, also jetzt habt ihr zwei ganz unterschiedliche Eindrücke zum Film bekommen. Das ist auch mal schön. Das ist auch mal schön, genau. Ihr könnt euch am 4. Juli dann im Kino, falls der bei euch läuft, einen eigenen Eindruck machen. Ich kann auch nochmal, ich glaube, ich habe einige Namen gesagt, aber noch gar nicht den Namen der Regisseurin und Drehbuchautorin. Das ist Hanna Slag, eine slowenisch-deutsche Regisseurin. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, noch zu sagen, folgt dem Tele-Stammtisch gerne auf Social Media. Bewertet gerne den Podcast, kommentiert auch gerne bei Spotify diese Folge oder andere Folgen, keine Ahnung. Wenn ihr sagt, oh, Filme, über die wir vielleicht mal in kommenden Folgen sprechen sollen. Oder wenn ihr sagt, oh, das war eine coole Folge, da gibt es mal Feedback. Können natürlich auch auf unserem jetzt neu aufgebauten Community-Discord-Server vorbeikommen, um über Filme und über alles Mögliche zu diskutieren. MJ, hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Nö. Außer, dass es mal wieder sehr schön war, mit dir darüber zu reden, über den Film, den wir gemeinsam gesehen haben. Also, nicht gemeinsam, aber du hast ihn gesehen, ich habe ihn gesehen und wir konnten da jetzt drüber reden und da freue ich mich drüber. Super schön. Hat mir auch gefallen und wir hoffen, es hat euch auch gefallen, dass wir jetzt noch einen versöhnlichen Abschluss. Schön. Genau. Nochmal herausstellen, wie nett ich das immer mit dir finde. Ja, voll. Ja, ist wirklich so. Wunderbar. Ich finde, das machen wir richtig gut, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Dann hoffen wir, dass wir bald wieder gemeinsam über einen Film sprechen. Das hoffe ich auch. Und dann gucken wir mal, ob wir da eher einer Meinung sind. Und dann würde ich sagen, viel, viel Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank.